Was geht ab Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Während die im Hintergrund reden, begrüße ich euch schon mal zur nächsten Folge von God of War Ragnarok. Wir sind wieder Kratos, letzte Folge mit Atreus ein bisschen unterwegs gewesen. Und wir sind heute dafür, dass wir nach Alfheim gehen. Weil Kratos sich daran erinnert hat, dass da wohl irgendeine Schriftrolle rumliegt. Mir fand das auch eine gute Idee, deshalb geht's nach Alfheim. So, mal gucken was wir hier... ...noch haben. Vielleicht können wir die ein bisschen verbessern. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Armrüstung. Dazu haben wir echt nicht genug Ressourcen. Die Hilftrüstung können wir auch nicht verbessern. Laufen. Geht auch noch nicht. Da hätten wir die Ruhmkraft ein bisschen erhöht. Der Düstergriff, den können wir erhöhen. Okay, ein bisschen Glück und mehr Stärke. Dann machen wir das auf jeden Fall. Ich feiere irgendwie das große Stilz. Macht einfach Bock, mit denen zu spielen. Was darf ich fertigen? Was darf ich fertigen? Was ist denn das? Na, Kampf auf Gegner, die vom Schall bekommen und fügen, erheblich mehr Betäubung. Warum sieht das so komisch aus? Geil. Machen wir. Machen wir. Jetzt haben wir wenigstens die Aufersteuer noch um zu verkaufen. Haben wir nichts. Er hat's getan. Der hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Ja. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ups, sorry, falscher Knopf. So, wir müssen hier hin. Irgendwie haben wir was bei Rüstung, aber irgendwie auch... Ah, hier Atreus. Accessoires. Das ist immer gut. So, und wir gucken mal in die Fähigkeiten rein, weil da haben wir ja übelst viele Punkte. Dann sollten wir damit was machen. Drücke während die Flammen... Äh, nee. Fernkampf brauchen wir im Moment, nicht Nahkampf. Nahkampf ist gut. Brauchen wir auf jeden Fall. Und da nehmen wir... Ja, das können wir nehmen. Das sieht auch relativ sick aus. Uh, so Fernkampf wäre... Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir. Da haben wir leider nicht genug Punkte für. Dafür auch nicht. Dafür jetzt noch reißen, aber... Würde ich noch nicht verschwenden. Atreus haben wir ein bisschen gepimpt, obwohl... Den könnten wir noch ein bisschen mehr pimpen. Dafür reichen die Punkte aber nicht. Also das kann Gegner zum Taumeln bringen. Das ist nicht schlecht. Levitaren-Axt wahrscheinlich... Können wir da jetzt nicht so viele Punkte reinbolzen, obwohl... Machen wir das mal rein. So! Dann müssen wir erstmal wieder ein paar Punkte mit ihm sammeln. Und dann geht's endlich los in Richtung Alfheim. Ja, wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Es ist einfach schon hier. Sind die Drachen eigentlich noch da? Ja, dieser Riesentrache. Und dann geht's ans Tor. Eichhörnchen? Eichhörnchen? Ist das... Verzeihung, bitte? Ah, ja! Bernsteinharz! Köstlich-nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt! Wenn du Ratatischkir bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatischkir. Was ihr als Ratatischkir kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Äh, apropos. Bitterkeit? Möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich! Ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum was? Ja, mein Baum. Hier. Ich zeig's euch. Nö. Kratos ist komplett verwirrt. Ah, dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Fäde zeigen sich, wie Esteders Yggdrasil sind. Alfheim wartet eine lange und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von Nifal birgt geheime Belohnung. Und Svartalfein gibt es vielleicht noch unerledigte Angelegenheiten. Wählen Sie mit Bedacht. Also wir können jetzt nach unten. Okay, das Welt derzeit gesperrten Muspelheim. Das können wir eh noch nicht hören. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Nivelheim. Diese Welt ist uralt und bleibt nicht. Ist halt echt ne Frage. Machen wir jetzt erstmal... Na, dann gehen wir vielleicht doch nicht erstmal nach Alfheim. Sondern wir machen hier erstmal diese Odins Augengeschichte. Äh... Na gut, dann... Zielinformationen. Wir haben einen halben Weltensammel für Muspelheim entdeckt. Als wir von einigen Wintern in jener Welt waren, fanden wir Herausforderungen vor, die unsere Kraft und unsere Können auf die Probe stellten. Wenn wir zurückkehren wollen, sollten wir die andere Hälfte des Samens finden. Nicht jetzt. Na, gehen wir mal gucken. Ach, das war Nivellheim. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetternden Seelen sind mir echt unheimlich. Ja, was soll ich das... Rock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße, weil schließlich scheiße. Egal, wo sie herauskommt. Das sollte ich dir aufschreiben. Ja. Weltsatz. Brock, du bist der Beste. Moment, sind das... Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Frei sind wir vom Vater frei. Unser halbes Leben nun. Niemand anderem sei. Was glaubst du bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Okay. Okay. Ah. Okay, verstanden. Wir müssen die Raben killen. Wir müssen die Raben killen. Dann können wir die Drohnen hier öffnen. Das ist cool. Das ist cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir die Raben killen, dann kriegen wir auch eine Belohnung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen will. Ich fand den Abstecher hier nicht schlecht. Sollten wir uns auf jeden Fall merken, wenn wir das nächste Mal hier herkommen. Das ist eine Schlacke aus der Heimat, hm? Gib dir her. Ich stell dir etwas daraus her. Ne, trainieren würde ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach nach... Ding zurück. Wir gehen jetzt wirklich nach Alfheim. Nach Nussbleiben können wir im Moment natürlich nicht. Niffelheim. Was? Okay, wir haben hier Jüttenheim. Die können wir nicht öffnen. Zwartalfein können wir öffnen. Sintris Haus. Okay, Udi ins Augen. Also das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Dann können wir nämlich einfach easy going... Ähm... Ja, möglich ist es. Das heißt also... Ja, prinzipiell bin ich nie vergessen, Tür. Du bist zwar eine Pussy, aber wir würden dich nie vergessen. Genau, dann geht's ab nach Alfheim. Ja, war super. Hat super viel Spaß gemacht. Alfheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen. Aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkeleiben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkeleiben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es. Und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt aussieht, weil die Dunkeleiben waren absolut ekelhaft. Mimir liest mal vor. Störte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Okay, leer. Gut, cool. Also das letzte Mal, wo wir hier waren, war absolut... Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Hm. Hier schneid's glaube ich auch. Aber Tür, zeig. Boah. Sieht ja eher noch schlimmer aus, als davor. Oh Mann. Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Mal gucken, was die Runen zu sagen haben. Die Leben der Wüste. Können wir das wenigstens lesen? Ja, die können wir das. Das Juwel von Alfheim ist unsere heiligste und fruchtbarste Wüste, die eine beispiellose Vielfalt an Leben beherbergt. Von dem majestätischen Hafgufa und ihrem wohlklingenden Lied der Sande über die verschiedenen Schildkröten und Echsen des Hiyachta bis hin zu den großen Herden von Gazellen und Steinböcken, die durch die Wanderdünen ziehen. Alle Kreaturen der Wüste wird durch die Gnade des Lichts Leben geschenkt. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erhabenheit zu genießen und reflektiere. Sorge für deine Welt. Ja, alles verdorrt. Hat irgendwie Vibe vom König der Löwen, nachdem Skala dran war. So. So, jetzt macht wieder ein richtiger Mann die Kisten auf, Alter. So. Und hoch. Ich würde irgendwie feiern, wenn wir Tür spielen können. Ah ja, klar, natürlich. Ich würde irgendwie feiern, wenn wir Tür spielen könnten. Auch mal. Ich. Ben, da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Kurt, daunwacht! Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber in Dunkelalpen bleibt kaum eine Wahl. Okay, hier ist die Zweite. Wo ist die... Jawoll, es geht. Ist alles in Ordnung? Ja, alter Freund, wir plündern bloß morgen. Kommen gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ja, natürlich. Eins von zwei Hörnern Blutatim. Ach, nun gut. Mein Vater mag sowas. Ja, warum nicht? Ich meine, er gibt uns Lebenselixier und so weiter und so fort. Hast du noch nie eine Truhe geplündert und du willst ein Kriegsgott sein? Kratos macht das schon immer. Schon im alten Griechenland hat er das gemacht. So, erstmal durch Atreus durch. Also, ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, das sieht hier gefühlt aus wie ein Massengraub. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstuf. Wahrlich ein Wunder an neuen Welten. Oh, wusste nicht, dass das geht. Wo ist der Sinn? Der Dämmerschein wirft einen Achswurf zurück. Die Infektion ändert ihre Farbe. Der Zaun ist eine Lücke. Ich komme da nicht durch. So ein Zaun ist eine Lücke. Der Zaun ist eine Lücke. Äußerst schlau. Ich brauche ein paar Minuten, um es erst mal zu raff. Schluss mit Lustig, ich geh mir saufen. Tür, du würdest echt eine Hilfe geben, wenn du eine Kack-Waffe hättest. Das sieht ja echt schlimm aus. Das ist deine Lücke. Feuers Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freire von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alpen zu einem dürftigen Frieden. Die Tür kennt auch alle Abkürzungen. Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwinden. In dem Zaun ist eine Lücke. Welchen Zaun sieht der Mann? Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. Wo? Was ist eine Bombe? Eine Bombe? Die ist ja komplett. Wir haben das ganze Zeit. In dem Zaun ist eine Lücke. Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Ich hasse Alfheim. Hinter dir! Hör auf, das zu sagen. Ich glaube, der... Nein, es war so klar. Ich glaube, der muss das nicht anders sein. gibt es keinen anderen wege sie lassen uns kaum eine andere wahl hat er schon sagte ich bin wohl einfach nein nein bloß ein optimist alter freund ja also auch schwierig da jetzt zu sagen die küche ist nicht zwar hat er einen hänger dieses objekt soll nachmahre absorbieren das prinzip dieser magie stand nicht von hier sondern in einer theorie die tür von den westlichen nennen übernahmen die prämisse ist simpel nachtmahre suchen uns in der dunkelheit auf und um uns die köpfe zu kriechen und uns von innen heraus zu verderben objekte wie diese sollen die nachtmahre ablenken und in der falle locken so dass sie sich in den fäden des traumfängers verheddern bis die sommer die arglistigen mistfiecher verbrennt ein zauber der albträume vertreibt in diesem fall frears wie wir die alten kennen gibt es hier bestimmt noch mehr tribute lass uns erst mal weiter bruder da ist eine lücke das kann ich mache ich viel zu gern diese die wann können wir das denn machen alter vielleicht kommen wir noch mal wieder das ist der punkt ja ziemlich hoch letztes mal kamen wir oben rein da haben wir das alles nicht gesehen dieses tor ist älter es sollte die alben enger zusammenbringen anscheinend ist es schon länger versiegt da war jetzt über dieses rad ich zeig's dir ok zeig's uns in dem zaun ist eine lücke ja in dem zaun ist eine lücke ich will wissen soll er was passiert da gerade dieses siegel symbolisiert den frieden in dieser welt zu freias zeiten licht und dunkel gemeinsam in harmonie wie sieht's aus der treu ist gut schätze ich vater jetzt du zu alfheims unglück konnte freya die heirat seiner schwester mit odin nicht hin in dem zaun ist eine lücke das tor sollte jetzt offen sein ist es im gleichgewicht ja aber nicht die welt nicht mehr ja vater zieh in die andere richtung ja ja und hier immer weiter nach vorne und im zaun ist eine lücke gut gemacht atreus gut dann gehen wir mal rein haben wir nichts zu verlieren achte weiger genau so sahen sie vor der spaltung aus ja wisst ihr die alben waren nicht in den zaun ist eine lücke der unterbricht jeden ding mit seinem in den zaun ist eine lücke ist das licht manches ändert sich wohl nie ja der stein erfüllt eine axt für kurze zeit mit licht wie praktisch in dem zaun ist eine lücke hatreus kann ich den killen was war das wo bleibt denn da die überraschung mimia ja so aufgewühlt war der seelensee noch nie ja liegt das am fimbolwetter natürlich er lässt das licht flackern also speist sich der lichtbrunnen durch den seelensee ja nach der schöpfung der neuen welten fingen gefallene seelen an sich in diesen gewässern zu versammeln als die alben sein energiepotenzial entdeckten errichteten sie diesen tempel mit durchschlagendem erfolg viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten macht und so entstanden die lichtalben interessant ich habe gedacht es geht kaputt mal wie schmeiße ich in die atreos sehr schön auch wenn sich unsere lichtalben nicht gerade voll die lichtalben sind mir relativ egal trotzdem ist es hier schön muss ich sagen hat einen wirklich guten vibe ich habe mich wieder mit ihnen reden vielleicht lieber ihr ding machen linke seite achtung der okay ja still menos mehr ja 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 so ja ja da ja 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 Wir haben Krenn. Das war ja nicht ganz schön. Aber ich geh gerne mal zur Kiste da. Das ist auch mal wichtig. Thronen sind wichtig, Gepacksilber. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Wie es aussieht aus sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Mimir, du bist echt jemand. Zum Schreien geht es da lang, Kratos. Ja, weiß er. Ich hab' nur zu. Die stinken ja übel. Ich hab' nur zu. Ich hab' nur zu. Ich hab' nur zu. Ich hab' nur zu. Das lese ich mir nicht durch. Ich hab' nur zu. Das ist Bifas, Poker. Ich will mal kommen. Es muss doch möglich sein, diesen Kackraben da zu treffen. Diese Rahmen kannst du gefühlt fast nie treffen. Egal, hier ist eine Truhe, das war mir am wichtigsten. Da wollte ich hin. Waffen öffnen, Hades-Halter, Flammen des Leits, Hades-Halter, weiß ich nicht. Ich würde halt gerne wissen, wie ich diesen blöden Rahmen da umbringe. Jawoll! So, und nicht anders. Gehen wir weiter? Alles! 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 Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bedanke mich und wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.